Liebe Frauen und Männer, die Religionsfreiheit steht in der Schweiz zur obersten Stelle und das soll auch so bleiben. Wir von SVP und ich als Initiant von Initiative Stopp Minarette Bauten kämpfen gegen die Minarette, weil wir meinen, das ist ein Machtanspruch vom Islam. Den wollen wir hier nicht. Wir wollen, dass die Leute ihre Religion ausüben können. Moscheen haben wir, Moscheen wird es auch immer mehr geben, aber Minarette braucht es für das nicht. Oder hättet ihr gerne ein Minarett in eurer Gegend? Seid ehrlich, die Schweiz braucht keine Minarette. Die Religionsfreiheit ist dir das nicht gefährdet. Unterschreibt die Initiative, wählt im Oktober SVP, setzt den Namen Thomas Fuchs zweimal auf eure Liste und ihr könnt sicher sein, dass der Kampf gegen die Minarette weitergehen wird. Herzlichen Dank.